wunderschönen guten tag abend oder wann auch immer das video schaut und herzlich willkommen zurück zu schatten vom motor werde ich auch nicht aber habt ihr irgendwelche informationen für mich eigentlich habt ihr nicht den da unten habe ich mir jetzt gerade schon so freigeschaltet also durch die vision hier und danach werden wir das so hinten machen also heißt wir haben heute ein bisschen was vor ich habe generell vor bevor wir ins nächste bevor wir die nächste mission machen bevor wir die nächste mission machen möchte ich gerne hier noch mal ein paar von diesen nebenquests wäre mir eigentlich sogar lieb wenn wir alle machen dann werden wir eigentlich sehr gut vorbereitet auf die quests die dann folgen finde ich generell finde ich ist gut sachen abzuschließen aber hat er irgendwelche kann ich schon seine stärken und schwächen für berittene bestien hat er schwäche hat sich nach komisch an als eigentlich sein sollte immun gegen schleichen schade und halt durch todestöße dann schleichen ist so das ist nochmal schleichen doch da das ist das schleichen und letztes sprinten genau jetzt habe ich es so und nochmal und nochmal oh komm schon komm schon zeig mir dein lächeln komm 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 zeig mir dein lächeln warte ich brauche noch ein bisschen fokus ah ne warte damit mache ich keinen fokus verdammt angesicht zu angesicht mit dem tag der unser monument zerstört hat ich werde deinen tod genießen ach stimmt ja ich habe ah ja genau das haben wir alle schon gemacht ich habe dich unterschätzt dieses mal bevor wir überhaupt richtig angefangen haben und bams ähm dann würde ich mir noch einmal geben dann ist er ja fit um dann das zu machen genau so was auch ähm informationen hätte ich gerne über kandidat machen wir mal den dieser linke block quasi komplett aufgelistet schön so können wir ruhigen gewissens an die mini mission gehen ich versuche die aber auch so schnell das geht halt fertig zu machen weil die sind ja eigentlich gar nicht mal oder ich kann mich gar nicht erinnern dass die so schwer waren vielleicht vereinzelt ein paar aber ich versuche die halt sagen wir mal wenn es klappt drei in einer folge immer würde ich jetzt mal machen also die nächsten folgen denke ich mal würde ich jetzt erstmal mal straight alle diese mini missionen mal ab arbeiten aber immerhin ist es ja auch was gutes denn dadurch kriegen wir auch diese komischen m punkte sage ich jetzt mal und die brauchen wir vorsprung ok das heißt vision 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 da oben ach nee aber wir wollen das in die Skraven hast du das gehört ich war damit beschämt menschlinge zu foltern vergiss ihn wir müssen uns kurz den kalt damit wir nicht einfach zergehen das nicht nicht das nicht nicht einfach durch einfach durch am lieb nicht aber nicht aber nicht aber kann ich jetzt irgendwie so Dude. Achso. Ich habe vergessen, ein Schiff zu drücken. Ist okay. Fremder? Ich bin doch eigentlich schon richtig populär. Den mache ich erstmal so. Ich denke mal, da oben ist auch noch irgendeiner. Da oben ist auch noch einer. Sehr gut. Jawohl. Schiff. Weiß uns, was ist gefehlt. Keine Sorge, auf werde ich helfen. So, jetzt hier. Ganz entspannt drüber. Da hoch. Komm. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Hau schon einen Preis aus. Das hört sich nicht gut an. Ich schlägst du dich besser als beim letzten Mal. Die Tricks ist denke ich bin da. Aber welcher bin ich hier? So, haben wir das erledigt? Ist da ein Feuer? Nein, scheiße. Und BAM. 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 Gotcha. Und zack. Da rüber. Mal kurz hier hoch. Damit ich hier mal kurz. BAM. Drei. Vier ausschalte. Sober. Nice. Äh, 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 äh. Okay, den sehe ich doch nicht. Da sitzt der. Das heißt, ich mache mal. So. Okay, dass er es nicht gehört hat, ist aber ziemlich praktisch. Ähm, dann helfe ich dir mal. So, Arm abgeschnitten. So, hier bitte schön. Und was ist der? Okay, der ist nicht frei. Oh man, sind hier viel. Was mache ich? Was mache ich? Ah ja, labber. Ich glaube, wir machen das auf die old-fashioned way. BAM. Und? Tschüss. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Kann niemand mal. Klamt schauen. Ach, Gott, hängen. Okay, geht nicht. Okay, dann muss ich jetzt mit sitzen. Aber schon. Ey, diesmal bin ich gesprungen. Du Sau. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Oh. Oh, sehr gut. Einglück hat er nicht. Einglück hat er nicht. Boah, der move ist auch geil. Oh. Ich gehe mal auf den Sack. So. Jetzt muss ich mal den Pfeilhain, ah, den Jäger da. Einglück hat er. Schön. Jetzt muss ich mal kurz, ah, ich juckt's. Hilfe. Ah, okay. Jetzt können wir. Sorry. Aber ich zweit, dass das eine Ding versaut. Aber. Aber. Ok. Und. Yes. Und ein... Und ein... Und ein... Ich glaube nicht. Und ein... Und ein... Und ein... Und ein... G наг Souls. Ich bin nicht stocken, die anderen beiden nicht. getroffen. Egal, zwei reichen ja für den. Oh man, what a mess. Ich war es nicht, ich bin weg. So, dann haben wir das auch erledigt. Ja, direkt mal, zack, auf die Karte. Ah, wir sind ja recht nah bei dem, dann können wir ja gerade die beiden machen. Oh, ja, ich wollte nicht auf den Tisch steigen. Ah, guck mal hier, wir haben noch gar nicht alle gehabt. Haben anscheinend nur gesehen, den Kandidaten hier. Aber jetzt, go. Und go. Ja, ja, was du alles siehst. So. Ohne das zu betreten. Also heißt, von hier aus. Das heißt... Und den. Kam schon, ja. Den noch. Ich komme hier nicht ran, dann muss ich das so machen. Oh, reicht nicht. Komme ich so an den jetzt ran, irgendwie? Oh, da. Da. Kam schon. Jetzt komm schon. Och, Mann. Wo ist denn hier? Da. Brauchen wir so ein bisschen. Nein. Haben wir hier noch irgendwo einen? Da komme ich nicht hin, da darf ich ja noch nicht hin. Äh. Nein. So. Wie viel noch? Sieben. Was muss ich noch machen? Sätze Urux und Flammen. Oh shit, das habe ich gar nicht. Egal. Wir machen die hauptsächlich fertig. Da, damit wir ein bisschen Spaß haben. Durch was habe ich jetzt eigentlich wieder vollen Fokus bekommen? Durch den Headshot? Warte mal, mache ich jetzt? Nee. So. Ich habe wieder keine Pfeile mehr. Jetzt. Ich muss mal kurz hier hoch. War das hier? Könntet ihr mich? Bitte. Ähm. So, dann gehen wir mal hier. So, da kriegen wir den. Keine Ahnung, ob das mir hilft. Wahrscheinlich nicht. Äh. Aber ich kann trotzdem mal in D-Vision gehen, weil da sehe ich ein bisschen, wo die anderen sind. Ich brauche noch einen. Meine Fresse. Warte, ich komme da noch ein bisschen rein. Ach, genau. Oder? Geht das nicht? Was? Oh. Interessant. Ja, und das so ist? Gehen wir jetzt da rein. Okay, anscheinend hat... Ach. Es ist ja auch, ich soll die ja quasi einfach nur töten. Wie war jetzt? Das ist die Frage. Ich muss einfach nur... Hey, hey, hey. Hey, dudes. Hilfe. Sind noch diese Pfeile hier? Das fände ich mega... Mega... Scheiße. Ich verpies mich. Schüss. Oh, hi. Oh, er hat es beinahe geschafft. Naja. Nicht der Rede wert. Wenn ich jetzt das hier vergifte. Wer will jetzt hier hochkommen? So, jetzt gehen wir mal kurz hier. Kann ich eh jemanden von da hinten irgendwie? Oh, danke. Das war der eine. Hier waren aber noch zwei, oder? Jetzt sieht man das alles so aus. Äh, oh, geil. Okay. Oh, das wollte ich jetzt natürlich nicht machen. So. So. Kann er nicht mal? Geht da. So, und tschüss. So, als nächstes ist es, ist es das Schwertzeichen? Wahrscheinlich, ne? Wir müssen jetzt wahrscheinlich in die Höhle, dann müssen wir irgendwelche Leute fetzen. Ja, Schwert. Ach, bis... oh Gott. Das wird witzig. Witzig. So, das war das Nest Nummer 1 anscheinend. Auf zum Nest Nummer... Oh, hey, 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 hey. Hey. Sie haben uns eigentlich auch mit zu spucken. Und... Das war schon das Nest Nummer 2. Ach so, ich soll... Ah, das macht nicht alles anders. 10 auf 1 Streich quasi. Hallo, Freunde. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey. Look at this bad boy. Hey, jetzt kannst du mal gut. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich gucke mich nicht so blöd an. Oh, ist er am Boden festgetackert? Natürlich nicht. Oh, aua! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Oh, oh, was denn jetzt ist voll? Ja! 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 Oh! Noch mehr von denen ist ja super! Jawoll! Neben ist erledigt! Auf! Oh, dann nimmt er den da! Weißt du? Okay, ich muss erst mal ein bisschen flat machen. Oh, der ist down! Der ist quasi... Oh! Oh, komm mal! Weil jetzt alles ein bisschen slow-mode ist. Futsch mal kurz da rüber. Oh, meine Freunde! So, Bands und Bands und Bands und... Ich seh gar nicht mehr was da ist! Gib ihm! Sauberes! Oh, geil! Und dann hätte er anzappen können. Ich muss schon mal sagen, jetzt ist aber... Alter, Leute. Ich wollte ja immer noch anzappen. Mich anhalten. Ich verstehe manchmal aber nicht, wieso manchmal dieser... dieser Boost kommt. Also wo dann auch immer so ein richtig Futter-Kleister-Boost kommt. Und manchmal... Na du? So. Ach, ihr auch. Ach, ne, warte mal. Das sind ja unsere. Hey, du lässt dich in Ruhe. Ach, da unten sind sogar noch die da. Ja, können wir mal nochmal hier... Hallo, Freunde. Eins, zwei, drei. Oh. Was hast du? Den lass uns mal im Leben, weil dann scheint noch mehr Leute kommen. Also mehr. Du wieder? Du kommst mir nicht davon. Hehe, gotcha. Fotofinish. So, würde ich sagen... Das nehmen wir noch mit. Warte, das war hier irgendwo eine Ecke. Für das Leben. Perfekt. Ja, würde ich sagen... Was ist denn hier oben eigentlich los? Ach, scheiße. Ich muss schon weg. Ich hab einen Termin um 9 Uhr. Dann muss ich ganz schnell hin. Oh, fach. Nein. Weg. Ich schaffe zu diesem komischen Heiniester. Dann bin ich safe. Oh. Hehe. Hast du dir so gedacht, hm? So. Jetzt haben die, glaube ich, genügend Spaß. So. Das heißt für mich, hoch. Nein. Hoch. Ja, ja, ja. Achso. Na du. Machen wir. Blatt. So. Dann haben wir wieder ein paar Pfeile. Dann können wir uns wieder uns wehren. Wir sind versteckt. Warte mal. Von der Lache her. Okay, ist ein normaler. Oh. Der ist ein nicht normaler. Dann machen wir den jetzt in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ähm. Eine Leiche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut und haut rein. Wir sehen uns! Wir sehen uns!